Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Lebens3! Sooo! Diese Folge war ein bisschen rucklig und alles! Will ich mich jetzt verarschen? Ich habe mir jetzt ein Stück Zeit genommen, um diese scheiß Auswahlen zu treffen. Und jetzt... Och! Who cares? Komm, wir holen einfach ab! Okay! Und wo ist das Vieh? Was du jetzt beobachten willst? Äh, klar! Okay! Ich habe ziemlich mal noch schnell so paar andere Dinge ausgewählt! Okay... Und gibt sie verfangen vielleicht? Ähm... Und er wird nie vergessen, wie schnell den Echsen abholen können, wenn er erst einmal gemerkt hat, dass man hinter ihm her ist. Folgendes... Ur-Zeit-Drache! Okay! Uh! Selten! Äh... Okay! Okay! Warte! Ich bin grad... Ich steg grad bisschen auf den Schlauch! Wow! Die ist richtig teuer! Ah! 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 Cool! Ich feier das noch! Er sieht hier irgendwelche Dinge und... Ja! Ja! Dann nehmen wir doch mal hier diese ganz speziellen und... Kniff zu den Himmel! Och! Och! Ne! Ich will kein Erbespot aufnehmen! Ja! Ja! Da gibt's hier vielleicht noch irgendwas rum, weil... Hier... Weil ist... War jetzt echt viel... Für zwei Tiere eingefangen! Und... Ja! Cool! Ah! Ja! Natürlich cool! Ich hab das erst jetzt gecheckt, dass das ein Gebäude ist. Guck! Und dass wir da in dieser Kuppel so hart drin sind! Ist ja eigentlich voll cool! Idee! So! Auf welche Tassen hab ich jetzt getrunken? Achso! Auf welche Taste ich anvisiert habe! Wie gesagt! Ähm! Ah! Okay! Cool! Mal kurz... Wann haben wir denn hier? Muss man nicht kennen! Gut! Dann gehst du jetzt am besten nach Hause! Äh... Du bist schon zu Hause! Deine Holdel wartet nicht auf dich irgendwie? Oh! 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 Ich vermute sie es schon weg! Weil sie hat nämlich... Als ich sie das letzte Mal angerufen habe, in die Kommentare rüber war auch genau das gleiche. Okay! So! Jetzt hat es gleich kurz. Okay! Äh... Du gehst jetzt am besten gleich schlafen. Wo ist die Toilette? Ach du bist noch dort? Ja komm nach Hause, es ist sinnlos da drüben zu sein. Ich habe mich glaube ich mit der einen unterhalten ein bisschen, aber mehr ist da auch nicht los. Und joa, jetzt können wir hier ein bisschen die Rüge genießen sozusagen. Es dauert auch schon noch ein Stück bis sich das ganze Zeug verabeln hat. Aber naja, gehen wir jetzt grad richtig schnell. Sooo, dann machen wir jetzt ein bisschen auf schneller, schneller, schneller und warten bis alle nach Hause kommen und sich ins Bett schwingen. Achso. Ah. Problem ist ja immer, wenn ich sage, so jetzt kommt nach Hause, dann kommen sie zwar nach Hause, aber gehen sie ins Bett. Immer dann schon ins Bett anvisieren, weil dann kommen die erstlichen Fahrstuhl doch noch. Äh, ich glaube ich bin jetzt falsch heute, ne? Ich glaube ja. Weil das ist so ruhig, das macht egal. Ich werde jetzt überleben. Dann gehen wir mal in meinem Verküssen, ja. Dann willst du da nicht essen. Oh. Boah. Ist da. Essen? Jetzt kann ich essen gehen. So. Dann haut euch mal hin. Und. Ja. Und. Ja. Und. Ja. Natürlich können wir auch eine andere Nachbarschaft ziehen. Doch. Komm. Das ist eigentlich schön. Ich glaube nicht so. Haha. Ich will die nicht aufgeben. Okay. Du kannst ja auch mal wieder, also wenn ich erfahre. Cool. Ähm. Mal wieder, wie nächstes soll man ein Objekt aufspüren? Metall oder Edelstein oder irgendein Stein. Ach irgendwas. So. Was ist hier los? Und. Du hast. Genau. Damit immer. Es ist zu laut. So. Gut. Du kannst lange schlafen, weil du hast ja auch, äh, Zeit. Weil du erst, ähm, morgen dann irgendwann. Äh. Arbeitengebnis. Genau das habe ich jetzt gesucht. Warum ist da ein Spiel der eigentlich denn? Boah. Die Farbe ist ja mega. Sehr gut. Ach. Das sind Zeitungen. Cool. Schau mal. Ich will mal wissen, ob ich die irgendwo. Gibt es die? Oder es bin. Ist das benutzer das? Fragen und Fragen, ne? Ja. Irgendwann. Ein Stück weiter rausrutschen. Ob es irgendwie extrem weht. Es weht schon müssen. Wie weiß ich eh. Das muss nicht wieder vorrutschen. Ich hab das jetzt nicht so übelste Krach gemacht hab. Warum fällt der denn immer diese Scheißen einfach auf? Das geht noch mal um Kranz. Ja. Füße alle auf. Geht. Der 10, der war. Der musste echt aufgeführt werden. Trotzdem. Volli geht in Verschwendung. Die Alkohol ist doch theoretisch aus. Ich hasse es. Einfach doch, glaub ich, hoffentlich nur zum Erwachsenen. Erwachsenen. Okay. Oh nein. Warum? Warum? Das kickst mich an. Ich hab extra vorher noch geguckt, ob die Alterung an oder aus ist. Aber nur im Menü. Oh. Ausgut. Heißt was. So, weil's wer da auch noch alt hat. Er wird alt. Guckt ihn euch an, er wird alt. Boah. Du warst trotzdem nicht von mir, ich hab's in mir. Ich darf's denn immer wachsen. Hey, ah. Ich habe es nicht so zu dürfen. Ist ja krass dass sie sich echt nicht so gut verstehen! Keine Ahnung, Logis. Leute, die sind Bombe. Was? Das ist ein Schlamm. Achso. Tag, Farb. Ja. Was ist denn da? Nein. Komm, 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 komm. Ich hab' das nicht gehört. Ähm, was ist denn die Schlamm? Dein Handy nerfst du das? Ich hab' das nicht gehört. Weil einfach... Ich möchte jetzt umziehen, sozusagen, weil es nicht geht. Ich will schon noch mehreren Folgen machen, eigentlich. Das ist jetzt nicht wahr. Wow, ein Chino-Fos-Bestie. Äh, schon Fähigkeiten. Äh, joa, das können wir machen. So. So. Blum, 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 blum. Da ist doch schön, mit Kontakte. Ja. So aktive Haushalt machen. Haha, jetzt halt der Haushalt. Ähm. Ähm. Let's... Oh Gott, ich bin echt gut. Ich bin grad, ähm. So, let's play Familie. Genau. Oh, wer wundert. Ach nee, Beschreibung brauch ich nicht. So. Möbel verkaufen. So, dann hab ich 72.000 aktiver Haushalt. Okay, hier ist ein langer Ton. Let's play Familie. Haus. Das Grundstück. Das hier. Okay. 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 Oh Gott. Es wird bearbeitet. Wir ziehen aus. Nein. Wir ziehen aus. Oh nee, die kleinen Hose. Na aktiver, ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Oh, ich hab einen riesen Schritt jetzt gemerkt. Ich bin aus diesen Mietwohnungen, die ich eigentlich extremst cool finde. Doch irgendwie... Ja, fehlt mir das gewisse etwas. Also theoretisch hab ich jetzt gedacht, wir müssen Miete bezahlen. Ich weiß nicht, ob das nur in Sims 2 so war. Und ja, ich wollte euch noch was über Sims 2 erzählen. Ist mir auch schon kurz aufgesprochen. Ähm, Moment. Ich will jetzt mal ganz kurz noch Pause machen. Ob ich noch irgendwas habe, was hier mit muss. Mir gehört, was mir gefällt. Was ich liebe. Nein, gut. Äh, und zwar erzähle ich euch das erste. Ja, also ich vermute, es war anscheinend nur so. Weil, ist eigentlich doch viel logischer, wenn du da so Miete bezahlen musst. Und so. Und ich find's halt auch blöd. Du hast immer nur ein, äh... Eine Wohnung zur Verfügung. Du kannst jetzt nicht wählen, ja ich möchte die. Na eigentlich, ich möchte die gerne haben. Sondern du kannst... Natürlich kann man an den Wohnungen, kann man hier sagen. Man möchte lieber hier... Und... F***. Man möchte lieber... Woanders leben jetzt irgendwie hier drin. Oder hier. Oder da. Oder da. Oder da. Oder da. Oder da. Aber das ist halt auch... Ganz schön mir kostenspielige Frage. Ne? Aber es ist ja nicht so, dass es übel zu billig ist. Und... Welche... Welche Dings hat denn mal noch hier Pool oder mit dran? Wollte ich erst ein... Ein... Einziehen. Na genau da. Wollte ich einziehen erst. Weil mir dieser Pool so... Weil ich den so cool finde. Ja. Ich habe einen Pool natürlich. Voll cool. Ich leide sie. Aber da war es einfach so, dass... Dass es zwar hier sehr schön war, aber extremst teuer war. Allt wegen der Pool bestimmt. Und... Ja, das wäre halt mit Mieten viel schöner. Natürlich kann es da mal sein, dass da die Miete... Ein bisschen... Ja. Höher ist. Und... Was ist denn das? Ach! Die Zeitung habe ich auch schon. So. Du hast den Welpen hochgenommen. Das ist natürlich sehr toll für dich. Nein. Urzeitdraher hat sich gefreit. Zweite Gesucht. Du hast das Tier nicht zu lange, wenn er aufhört. Ah! Nein! Nein! Schade. Oh nein. Das ist mein Urzeitdraher weg. Oh Gott. Was ist das? Dann kaufe ich mir einen. Puh! Dann kaufe ich mir einen. Also was geht nicht. Ähm. So. Wir hocken uns alle anscheinend in der Limousine. Ich würde gerne gucken, wie die Hunde da drin sitzen. Aber... Das wird mir verwehrt. Irgendwie. Ja. Und... Es ist halt irgendwie so, das Pack ist so sehr schön. Aber es sind halt auch irgendwie so verschiedene Dinge, wo du sagst. Ja. Ja. Und das ist natürlich nicht so. Also... Das war ja jetzt so ein... Ja. Deswegen. Das ist demzufolge. Braucht nicht noch Geld. Ach. Tantimen. Oh nein. Streifen. Oh Gott. Das ist ein bescheidener. Gut. Dann. Woll ich sagen? Ja. Zwei Minuten. Aber es wird reichen. Zum loslegen. Was das Bauern betrifft. Äh. Ich werde versuchen, das Haus hier eher so in diese Ecke anzusiegeln. Und hier halt bisschen Garten zu machen. Und... Äh. Ja. Falsch. Ich werde es jetzt entfernen. Kann nicht gelöscht werden. Okay. Dann. Könnte ich mal. Leider ist es bei mir irgendwie so ne Sucht immer so ein Fundament zu haben. Weil einfach ich das schöner finde. Ist einfach so. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Also ich mal fange jetzt einfach wild drauf los. Äh. So wollte ich das jetzt gar nicht anmachen. Ähm. Wodafuck. Ach. Splendid ist nicht eben. Okay. Dann. Achso. Das ist ein bisschen. So. Machen wir hier aber noch. Äh. Ein zweiter. Und dann hier noch zwei Leiter. So. Dann reicht das auch. Dann. Lass hier hier eine Fläche. Hm. Ist mir zu weit. Nehmen wir das hier. Und ja. Ähm. Mhm. Ich bin da jetzt grad total spontan kreativ, was auch immer. Das überlegt es euch. Wie ich es nehmen wollt. Aber. Äh. Ich bin nicht gut im Bauen. Ich kann das. Ich baue selten. Eigentlich. Und wenn sind es dann immer die Zeichenhäuser irgendwie. Also jetzt sind es die Zeichenhäuser. Natürlich haben die eine andere Aufteilung aber. Aber. Ist es nicht so dass du sagst. Boah. Boah. Das ist ja jetzt mega cool. Das ist ja total kreativ. Und alles. Das ist leider nicht bei mir der Fall. Hm. Ich bin aber ziemlich kreativ. Ich brauche jetzt einen komischen Zaun. Der schön aussieht. Oh. Das ist ja so. Ich bin nicht so mit den Steinenhäuser. Warte. Oh. Ich muss nur mit den Geht. Ich hab das sieht scheiße aus. Wenn ich dann im neuen mit den Steinenhäuser. Oh. Nie. Ich will einen Zaun. Ich find ein Zäune. Das ist echt heistige Zäune. Sorry. Aber ich mag die Zäune irgendwie total nicht. Das sieht scheiß aus. Was soll das hier eigentlich darstellen? Das sieht total gut aus. Ne, wir machen es vielleicht mal nicht genau. Ne, das sieht gut aus. Oh Gott, ich halte da so was von an. Das sieht so schön aus. Was haben wir denn hier? Nein! Auch ein bisschen in anderen Farben. Ich nehme dann das Ding. Das passt halt jetzt. Das können wir jetzt hier hin. Und dann hauen wir jetzt hier auch gleich eine Tappe hin. Ähm. Ich nehme eigentlich mal diese komische Übste Tappe. Ach guck mal, die Stimme ist drüber. Ne, die Stimme ist drüber. Die Stimme ist drüber. Ich finde da ja auch ein schönes Schwarz. Oh, ganz geil. Ja, jetzt wird eine schöne Schwarze sehr lieb. Aber ich glaube da kommt keine schöne Schwarze. Aber da kommen schon coole Mixer raus. Oh, hier liegen sie. Da gibt es hier irgendeine, welche schwarz ist. Ich will eine Schwarze. Ich will eine Schwarze. Klappe. Wie fällt sie zu? Jeder eigentlich im besten. Ähm. Ausbreite 2. 2. Warte. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Halbwegs. Halbwegs. Okay. Okay. Weiß nicht. Kann ich da noch ein Gartentor hin setzen? Ne, gewinnt. Da wollte ich jetzt eigentlich keines haben. Ähm. Gartentor, Gartentor. Dafür gibt es schon mal gar kein Gartentor. Gibt nicht doch sowas. Eher logisch. Immer doch. Kann nicht keines setzen. Okay. Find ich okay. So. Aber. Wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und seid gespannt, wie das Haus sich entwickelt. Ne? Und bis der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.